Hallo, hier haben wir meine Schuhsachen. Wir haben sie gerade gekauft, weil wir haben doch bei der anderen Folge gesagt, wir zeigen euch auch die anderen Sachen. Hier ist meine große Tüte, nicht Tüte, sondern meine Schuhtasche. Ich mag sie ganz sehr. Sie sehen tippig aus. Hier könnt ihr auch Tannen sehen. Da habe ich auch ein paar Sachen reingepackt. Da stelle ich meinen Namen drauf. Aber ich muss noch schreiben. Das ist meine Sportbox. Lichtbox, so Dings Kasche. Das ist von der nächsten Folge, was ich euch gezeigt habe. Aber die sind jetzt gerade neu. Die anderen, die wir von der nächsten Folge haben. Morgen geht es zur Schule. Das hier haben wir auch. Wir haben die Wunschstifte. Und noch mehr Wunschstifte. Und da eine Schere haben wir auch gekauft bei der nächsten Folge. Und da noch ein Radiergummi, ein Dings und so ein Dings. Und hier auch. Ja. Und hier kann ich noch meinen Namen drauf schreiben. Auf dieser Flasche haben wir auch gerade Kohl. Pepparpick drauf. Und Pepparpick drauf. Mag ich sehr. Auch mein Bett ist Pepparpick. Kann man trinken. Und so ein bisschen. Und das hatten meine Schule mir geschenkt. Und ein Büro. Damit ich malen kann. Und das hier. Da passen alle meine Stifte rein. Ich hatte ganz viele. Ich hatte 100. Die passen alle rein. Und da noch mein Dings für die nächste Folge gezeigt. Eigentlich habe ich auch. Ich bin wieder da. Und hier kann man auch Zoom machen bei der Tasche. Also wenn ihr die Folge schön gefunden habt. Dann klickt auf den Daumen hoch. Und natürlich auch auf den Kanal. Damit ihr alle meine Videos seht. Und auch abonnieren. Yes. Wenn ihr wollt. Tschüss.